Musik Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute möchte ich euch meine typischen Fahrzeug-Sets vorstellen, weil ich in letzter Zeit wieder sehr viel mit dem Panzer, dem Attack-Boat als auch dem APC spiele. Und das sind so gesehen meine Standard-Sets, die ich zum Beispiel auf den Vanilla-Karten sehr gerne benutze, aber es gibt ja im Battlefield auch Karten wie Seidenstraße, wo man einfach auch ein ganz anderes Fahrzeug-Set mal fährt. Wir schauen uns erstmal die einzelnen Waffensysteme an und dann am Ende nochmal die anderen Anpassungen. Und wir beginnen mit dem Panzer, dort habe ich als Hauptwaffe die AP-Shell. Ganz einfach, weil sie so gesehen der Allrounder ist unter den drei Varianten. Sie fliegt relativ schnell, macht noch gut Schaden gegen Infanterie, auch gegen Panzer und das auf kurzen als auch auf langen Distanzen. Man kann sie also überall gut benutzen. Die HE-Shell hat eher das Problem, dass sie auf Distanz langsam zum Problem wird und die Treibspiegel-Munition ist eben gegen Infanterie nicht mehr so gut. Als Zweitwaffe nutze ich das LMG und nicht mehr das SMG, weil das SMG stark genervt wurde und sich komplett anders anfühlt. Erstmal kam mit der nicht mehr One-Hitten, also wenn einer auf die Zuge ran kommt mit dem C4, kannst du ihn nicht mehr mit einem Headshot killen, wie das früher möglich war. Und sie fühlt sich mittlerweile einfach nur noch seltsam an. Das LMG kann man gut sprayen, was eben gegen solche C4-Leute gut ist. Weil der Typ, der mit C4 auf deinem Panzer zukommt, der wird dir nicht gerade auf die Zulaufen, er wird halt schön Bunnyhoppen, hin und her springen. Und dann ist ein LMG, welches man fast im Dauerfeuer raufhalten kann, deutlich effektiver als ein SMG. Und auch wenn man selber ein bisschen in Bewegung ist, selber ein bisschen fährt, ist das Treffen mit dem LMG einfacher. Und auch wenn man leider mit dem LMG keinen Schaden gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge macht, ist das ein Negativpunkt, den ich eingehen muss und womit ich auch leben kann. Dann den APC und dort nutze ich die HE-Munition. Denn die APF-SDS und die Kanister-Munition sind zu stark auf ein Ziel fokussiert, sage ich mal. Die Kanister ist eben nur gut gegen Infanterie und die APF-SDS nur wirklich gut gegen Fahrzeuge. Da man aber an APC nun mal oft auch gegen Fahrzeuge kämpfen muss und wohl noch viel öfter gegen Infanterie, braucht man schon was, was gegen beides gut funktioniert. Und da ist die HE, finde ich, am besten. Einfach die Schüsse ruhig und genau setzen und dann kann man sie auf allen Distanzen in jeglicher Situation einwandfrei benutzen. Bei der Zweitwaffe nutze ich beim APC die TOW-Rakete. Das LMG selbst braucht man bei dem APC wohl eher nicht und Sunis sind zwar ganz okay, aber die TOW ist besser. Normalerweise gegen Bodenfahrzeuge macht man gerne mal 30 oder auch mehr Schaden, aber auch gegen Helis oder Infanterie brauchbar. Dazu kann die TOW auch einen Laser-Lock-On nutzen, sprich wenn vorher ein Teammate mit einem Soflamm ein Fahrzeug markiert hat oder ja auch oben der Gunner, der ja auch einen Soflamm so gesehen mitnehmen kann, dann kann man die TOW noch Laser locken und dann macht die richtig viel Schaden. Die TOW selbst macht zwar viel Schaden, braucht aber auch etwas zum Nachladen, weswegen der Schuss einfach sitzen muss. Was auch sehr angenehm ist, man kann die TOW abfeuern, dann direkt auf die HE wechseln und beide so gesehen schießen. Vor allem ist das Treffen mit der TOW dann einfacher, weil das Fadenkreuz von AE ja quasi mittelisch diesen Punkt hat, wo ja so gesehen die TOW fliegt und das beides zusammen kann richtig viel Schaden in einem kurzen Zeitraum machen. Und dann noch das Attackboot oder das Schnellboot, dort nutze ich das Salvengeschütz. Tatsächlich mittlerweile mega gut. Helis schreddert es einfach mal instant weg, wenn er nicht weit entfernt ist. Aber auch das Treffen von Helis, die weiter entfernt sind, mit ein bisschen Übung geht das schon klar und auch da macht die Börstkanone viel Schaden. Und auch der restliche Schaden gegen normale Fahrzeuge oder auch gegen Boote wirkt jetzt nicht erheblich niedriger, sondern ist immer noch im guten Bereich. Nur das Zielen gegen Infanterie, das kann zum Problem werden, weil da muss man genau zielen. Der Splash-Schaden der Börstkanone ist sehr gering und auch der Schaden beim Dreckentreffer ist nicht der höchste. Wenn so ein 5er Burst von der Börstkanone aber genau den Soldaten trifft, ist der auch weg. Man muss da also ein bisschen üben, mit der Börstkanone treffen zu können, dann lohnt die sich aber auf jeden Fall. Das 20- als auch das 30mm-Geschütz ist natürlich auch gut, doch passt nicht so ganz zu meinem Bootspielstil, weil ich gehe nicht speziell auf Infanterie und ich bleibe auch gerne etwas weiter entfernt, um auch die TV-Rakete gut nutzen zu können und dann ist ihm die Börstkanone perfekt geeignet. Aber wer eben einen anderen Spielstil pflegt, kann auch gerne zu, ich sag mal, 30mm greifen. Dann habe ich die TV-Rakete. Der eine oder andere erinnert sich noch an meine Kurztipps-Folge, wo ich noch die TOW-Rakete fürs Boot empfohlen habe. Seitdem wurde aber die TV-Rakete wieder verbessert und seitdem nutze ich auch wieder diese. Denn vor allem fliegt die TV nicht mehr wie damals, ja, quasi wie so ein Stein, den man kaum bewegen konnte. Man kann gut Heelys, Jets und auch alle anderen Fahrzeuge treffen und vor allem aus einer sicheren Distanz oder um Berge herum, wo man mit einer TOW niemals treffen könnte. Dabei macht sie guten Schaden, meistens sorgt sie für Mobility-Hit und sie geht durch den Aktivschutz durch, weswegen die TV-Rakete für mich eigentlich schon jetzt nur noch genommen wird. Jetzt noch die anderen drei Bereiche, die man bei diesen Fahrzeugen ausrüsten kann und dort habe ich immer die gleichen. Als Abwehrmaßnahme habe ich den Aktivschutz, auch wenn er im Gegensatz zu früher eine kürzere Wirkungszeit hat, hat er jetzt eine schnellere Nachladezeit und einen größeren Wirkungsradius. Manchmal will er nicht so richtig funktionieren, beziehungsweise man muss das Timing einfach drin haben, weil gefühlt ein paar Millisekunden vorher den Aktivschutz zu aktivieren, das reicht meistens nicht. Dann wird die RPG oder welche Rakete auch immer einen am Ende dennoch treffen. Aber wenn das sitzt, kann man so ziemlich alle Raketen für einen kurzen Zeitraum abfangen und das ist für mich mega wichtig. Das kann ein One-gegen-One gegen ein anderes Fahrzeug entscheiden oder man kann fliehen, um sie danach zu reparieren. Da erscheinen mir sowas wie Rauch oder Feuerlöscher schon überflüssig und mit der Nebelwand bin ich auch nie so wirklich warm geworden. Als Optik habe ich Thermal, denn vor allem Gegner mit Raketenwerfern stehen nun mal nicht offen auf der Straße, sondern befinden sich hinter Deckungen. Und mit einer Thermal-Optik findet man die eben ganz schnell. Zwar doof gegen Leute, die eine Dice-L8-Tarnung tragen, doch da muss man eben auf eine schwebende Waffe achten. Falls es jetzt doch noch den Fix geben sollte für die Dice-L8-Tarnung, dann hat sich das sogar noch erledigt, aber zum Zeitpunkt dieses Videos gibt es den Effekt der Dice-L8-Tarnung schon noch. Das ENV sieht mir zu doof aus, deswegen eher das Thermal und Zoom bringt eher was auf größeren Karten wie zum Beispiel Seidenstraße. Beim Boot manchmal schon noch, aber wirklich bei APC und Tank habe ich fast immer Thermal drin. Und als letzte Erweiterung habe ich noch die Thermal-Tarnung. Ja, keine Reaktivpanzerung, doch das liegt wohl eher am Spielstil. Und das Boot hat eh keine Reaktivpanzerung. Und beim Boot bleiben wir direkt, da es zum Beispiel auf Karten wie Parasal Storm viele Heelys, Jets mit Lenkraketen gibt, ist die Thermal-Tarnung erstmal schon sehr sinnvoll. Denn durch die Thermal-Tarnung selbst ist man kürzer gespottet, der Gegner braucht länger für einen Lock-On und man ist dunkler allgemein und auch in der Thermal- und der ERNV-Sicht. Und bei Panzern und APC ist es ebenso sinnvoll. Gerade das kurz gespottet sein, das unterschätzen sehr viele, aber dadurch kann man sich manchmal schon um Gegner herumschleichen und da ist eine Thermal-Tarnung sehr hilfreich. Man hat aber natürlich nicht mehr den Reaktivpanzerungsschutz gegen kritische Treffer, weswegen man viel mit den richtigen Winkeln arbeiten muss, damit man wirklich nicht diese kritischen Treffer allzu oft bekommt. Und ja, das wären meine drei Loadouts zum Boot, APC und dem Panzer. Ich denke auch darüber nach, etwas speziell für den Panzer als auch dem APC-Gunner zu machen und vielleicht da fast einen richtigen Guide draus zu bauen. Doch das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob euch dafür interessieren würdet. Und sonst, man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. vor Ort und vor Ort und vor Ort und vor Ort auch. Untertitelung des ZDF, 2020